Ich schlage gleich irgendwas kaputt, Digga. Du das machst, du switchst einfach von Low Mesh auf High Mesh, und ich juck das nicht. Nein. Die, da ist nur in deinem Kopf. Nein, eigentlich kann ich das nicht versuchen, was du sagst. Du musst gar nicht behindert sein, wenn du das nicht sagst. Ja, das ist nur in deinem Kopf. Oh Es ist natürlich unlockend, es ist natürlich unlockend. Ja, ja. Wenn du jeden Pyx assistest. What the fuck? Ich glaube, der Typ noch hilft. Ich sehe gerade kleine Pyx, das glaube ich wegen Hisense. Wir müssen irgendwie Endgame-Pack mit Spider-Man bekommen. Was ist denn da hin? Was hast du für ein Movement-Guard? 26. Pum. Okay. Ah! Ah! Ich hab' Geteleg! Ah! Aaaaaaah! Mami! Mami? Mami? 3-Headers! I'm stuck. Aight! Ich hab noch nie. Du bist ausgetrackt. Ich kann nicht tracken, weil meine Pixel nicht angezeigt werden. Ja, so. Ausgetrackt, ausgetrackt. Hä, bist du dumm? Hab doch gar nicht sammelt mit dem. Bis zum nächsten Mal! Was? Ja, noch mal. Das ist mir auch nicht so gut. Ja. Ja Oh, trekt! Das ist das, was ist das? Du machst die Tür! Und der war für die Tür! Deswegen zündet er mich an! Weil er die Tür... Er kann so machen! So machen! Hör doch auf! Das ist gegen mich! Ich hab auch Open Doors! Was machst du, Digga? Was machst du denn? Get the fuck out! Ich will hier gleich Customs! Ich weiß nicht! Vielleicht! Wo bist du? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ja, ich weiß nicht! Mit einem Seraping! Auf dem... Na? Ich weiß nicht, was ich hätte getan, ohne euch zu haben. Ich habe mir geholfen. Ich bin mir nicht geholfen. Danke, Bro. Wie du spielst. Ich bin mir nicht geholfen. Bis zum nächsten Mal.